So, ich hab X gedrückt, falls ihr das wissen wollt. Ich gegen Seth Rollins. So, vielleicht nochmal Charakter verbessern. Eigenschaften. Objektoffensive. Objektoffensive. So, jetzt wird's ja... Der Rest spare ich mir erstmal. So, nächster Event. Oh, nochmal Fouls Count Anywhere. Jawoll, gegen Kurtis Exel. Hm. Achso, jetzt werde ich ja richtig hier durch die angeblich Hard Matches geschickt, oder was? Wie gefährlich ist ein Fouls Count Anywhere Match, King? Oh, jeez. Wie gefährlich ist ein Fouls Count Anywhere Match, King? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, ein Chair Shot landed. Oh, and he gets cracked again with that steel chair. Savior's looking great so far. Oh. 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 was unheimlich comedies to check under the ring. Possibly looking for an object in this no disqualification match. Oh, man. Komm her! Geh auf! Ich weiß nicht, ob er es gehört hat, oder ich habe es gehört? Hat er wieder gefurzt, oder? Hat der Jerry wieder gefurzt? Das war der Kugel. Was war der? Was warnt, oder? Was war der? Das war der Kugel, oder? Was war der Kugel? Das war auch der Kugel. Er klickt keine Medics, ey. Das ist ein Verletzter, aber keine Medics. Den nehme ich mir mit. Ja, so böse brauchst du auch das Ding auch nicht sein. Wir müssen jetzt mal eine schöne Ducke werden. Ja komm. So. Oh, das ist ein Verletzter. Die Kabelsteck. I don't know, but I think we're about to find out. Oh, no! Oh, my gosh! I thought he was gonna get leveled there. Remember, this is no disqualification. Wow! He just nailed his opponent with that cane! Oh, another cane shot. Karinian spying first into the barricade. Oh, my gosh! Inco coming in, not the others to barricade him. Uh-oh, what's this? Curtis Axel is in all kinds of trouble. Oh! His body's down there, uh... Uh-oh, trying to put him away. Savior with a huge move! What? I have only one Finisher. Why did he do that? Big trouble for Curtis Axel. OMG time! What are we gonna see here? That's it! I'm getting out of here! There's the pin! One! Boom! Also, I don't have to be able to see him again. Oh, my God! Oh, my God! And I think it's obvious that he'll stop at nothing to win here tonight. Oh, yeah. Yeah, sure. And there's the reversal! What a move! What a smart move! That was an impressive suplex! What does he think he's gonna do with that? Wow! If he keeps this up, this could be over quick! There's nothing. There's nothing. You know exactly what I'm talking about. That's why I don't want to finish this. Ich weiß nicht, dass González erinnert hat. Boom! Das war die Eingemann, das hat aber natürlich, natürlich hat es nicht geklappt. Hier ist dein Winner, der Tiger-American Astronaut. Er bekommt heute eine große Verkäufe. Liebe ihn oder liebe ihn, das war ein unglaubliches Spiel. Ich finde ja nichts. Ziemlich mysteriös. Aber egal. Das passt schon. Ewige Nummer 1. Jawohl. Ja, ja, Zef. Laber du ruhig, das kannst du gut. Man sieht es leider nicht, wir sind schon fünf Jahre in der WWE, aha, cool. Verbessern Eigenschaften. So. Kann viel auf 100 bringen. Ähm. So. Er streicht jetzt mal seinen Championship. Aber damit werde ich mich auch hier jetzt verabschieden. Wir sehen uns dann im nächsten Part dann wieder, wenn wir hier weitermachen. Uns mit Seth Rollins beim Summerslam treffen. Ich meine, Summerslam ist dann jetzt. Ähm. Und ja. Ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben eigentlich nur gewonnen. Deswegen. Außer wenn ich, äh, kurz beim Niederlande, mich auch tatsächlich, mich aussenden lassen oder Disco-Effizien. Das ging natürlich um den Championship. Können mich dafür verurteilen oder es einfach lassen. Ähm. Aber ja. Aber ansonsten, ja. Sag ich. Bis dahin. Hau da rein. Und. Schausen. Hallöchen Leute. Und herzlich willkommen wieder zurück beim WW2K50 im Karrierebonus. Ja. Wie ihr schon noch im letzten Part wisst, äh, oder aus dem wisst. Wir sollen jetzt gegen Seth Rollins antreten. Ja. Mal gucken, was der so kann. Aber auf jeden Fall. Gibt es ein paar Veränderungen. Ich habe mir einen eigenen Einzug gemacht und noch einen. Aber die werde ich, äh, oder werdet ihr gleich sehen. Hallöchen Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei WW2K50 im Karrierebonus. Wir sind im Part. Ich glaube ich wüsste 50. 51. Irgendwie war es so um den Dreh. Auf jeden Fall, äh. Seht ihr unseren Pay-Per-View Gegner schon? Den Seth. 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 Ähm. Ähm. Aber auf jeden Fall, bevor ich dir was mache, muss ich irgendwas angepassen. Was ist ein Moveset? Ich werde nämlich einen Finisher rausschmeißen. Und ihr wisst auch schon welchen. Denk ich. Ja. Aber die habe ich alle noch nicht. Weil, äh. Ja. Bisschen down war und dann alles auf einmal zurückgesetzt wurde. Außer das hier. Komisch, aber. Zum Glück habe ich das schon aufgenommen gehabt alles. So. So. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Wo ist er? Wo haben wir ihn? Hä? Wo bist du denn? Ja. Genau ihn hier. Genau ihn hier. Boom. Bin. Bin ich ja. Bin ich ja. Bin ich. Ja. Ja. Bin ich amлемer. Bin ich. Ehm, bin ich. was haben wir denn hier so good night und hier kommen wir mal den hier so leiter was haben wir denn hier für finisher ja genau was genau machen wir einfach mal den hier und den hier kommen wir spieren in der dritte signatoren so ich glaube ich bin noch am besseren So, O-M-G or somewhere in here. Ich möchte kein... Nein. Nein, das ist auch scheiße. Was ist das? Ist das der hier? Genau, nicht mehr den. Oh, anheben. Jetzt haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir ein besseres Moveset haben, aber... ne anderes auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Das schafft man auch irgendwann mal, wenn man Bock drauf hat.